Hi, wir waren mit der Boyband, früher der erste Mann mit der Tour in Germany, Deutschland, in Hamburg, ja. Und meine Boyfriends von der Group haben gesagt, Marc, komm, trink Deutschbier, gut, 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 ja, komm, trink, und so. Und dann, wir sind ein bisschen gelaufen in Hamburg, und dann, wir waren in einem Haus, und da war eine Frau und hat gesagt, hey, Blasen, 30 Mark, ja. Und ich hab gedacht, was, 30 Mark, Blasen, crazy und verrückt, diese Frau. Und ich hab gedacht, Blasen, Luftballon, so wie fest, so. 30 Euro, irgendwie, 30 Mark, ja, früher war Marc, und ich hab gedacht, oh, crazy, verrückt, und so. Und ich hab dann später, ich hab kapiert, was das Haus ist. Das war das Haus, Sexhaus, Lovehaus, oh, crazy, fucker. Oh, yeah, war cool, yeah, ciao.